Herzlich Willkommen zu der dritten Folge über die Geschichte der Gemeinde Gottes in Deutschland. Heute betrachten wir die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Am 8. Mai 1945 wurde das Ende des Zweiten Weltkrieges ausgerufen. Deutschland lag in Schutt und Asche. Die Alliiertenmächte waren jetzt die Siegermächte. Dieser Tag galt als Tag der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus. Die großen Flüchtlingsströme vor den Russen aus dem Osten hielten an. Das Leben nach dem Krieg war von Hunger, Armut und Zerstörung geprägt. Die unmittelbare Nachkriegszeit endete mit der Teilung Deutschlands. Auf die Entstehung der Bundesrepublik reagierte die UdSSR mit einer eigenen Verfassung für die sowjetische Besatzungszone. Viele versuchten noch in den Westen zu fliehen. Familien wurden hierbei voneinander getrennt. Wie erging es den Geschwistern der Gemeinde Gottes in jener Zeit? Fangen wir mit der Gemeinde in Essen an. Während des Zweiten Weltkrieges verstarb ihr Prediger Bruder August Borbe. Ein Bruder Hübner übernahm die Betreuung der Essener Gemeinde. Aber die Not wurde durch die andauernden Bombenangriffe immer größer, sodass sich die Geschwister einer nach dem anderen dahin evakuieren ließen, wo sie glaubten, Schutz ihres Lebens zu finden. Somit wurden die Versammlungen immer leerer. Das Versammlungshaus wurde 1944 durch Bomben völlig zerstört. Gottesdienste konnten nicht mehr abgehalten werden. Bruder Hübner tat sein Bestes. Aber unter ständiger Alarmbereitschaft, schwerer Arbeit und schlaflosen Nächten war ein Gemeindeleben nicht mehr möglich. Als der Krieg endete, kehrte Bruder Klabunde aus jugoslawischer Gefangenschaft nach Essen zurück. Seine Wohnung war jetzt völlig beschädigt. Er wusste kaum etwas von seiner Familie, die sich auf der Flucht vor den Russen befand. Aber in dieser schweren Zeit lag ihm der Gemeindeaufbau der Essener Gemeinde sehr am Herzen. Geschwister, die voneinander wussten, besuchten sich untereinander und machten Pläne für den Neuanfang der Gemeindearbeit. Sie erhielten einen Versammlungsraum bei den Baptisten. Hier versammelten sich nun die Geschwister wieder und viele, die nach Essen zurückkehrten, trafen sich hier. Eine Schwester Granners begann mit der Sonntagsschularbeit und die Brüder Hübner und Klabunde leiteten die Gemeinde. Schon bald war es der Gemeinde auch möglich, ein Grundstück zu erwerben und jetzt packten alle fleißig an, um ein eigenes Gemeindehaus zu bauen. Ostern 1948, nur drei Jahre nach Kriegsende, feierte die Gemeinde Essen das Einweihungsfest. Die große Dankbarkeit und Freude der Geschwister können wir uns gut vorstellen. Der Herr hatte viel Gnade geschenkt. Jetzt kamen auch die sogenannten Care-Pakete, Kleider- und Lebensmittelpakete, aus den Vereinigten Staaten. Von den Geschwistern des amerikanischen Werkes. In Anderson lebte eine Schwester Anna Goglin. Sie war Deutschlehrerin am Anderson College und fing nun an, diese Care-Pakete für die Leute der Gemeinde Gottes in Deutschland zu organisieren. Es war eine brüderliche Hilfsaktion der Gemeinde Gottes in Amerika, die zum Ausdruck brachte, dass die Geschwister in Deutschland nicht vergessen waren. Sie wurden getragen und unterstützt von der Gemeinde Gottes Familie in Amerika. Nun begannen auch wieder die jährlichen Gemeindekonferenzen in Essen. Zu solchen Konferenzen kamen viele Predigerbrüder aus den Vereinigten Staaten angereist. In guter Erinnerung blieb hierbei Bruder Charles Brown, der seit 1929 der Redakteur der Gospel Trumpet Evangeliumsposaune war. Auch ein Ludwig Besler kam zu Besuch und Geschwister Donjö, die bereits als Missionare in Kenia gewirkt haben, aber auch Geschwister Olsen aus Dänemark. Wie sah die Situation der Gemeinde in Kassel aus? Kassel war ja der Standort des Missionsheims vor dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Krieg übernahm hier Bruder Ruben Malzson die Aufgabe, die zerstreuten Gemeindeglieder zu sammeln und Gottesdienste durchzuführen. 1947 gab es gerade hier in Kassel die erste Nachkriegslagerversammlung in Deutschland. Hundert junge Christen ließen sich dabei in einem Bergsee des Habichtswaldes taufen. Auch Geschwister, die aus dem Osten geflüchtet waren, fanden vorübergehend hier in Kassel ihre Heimat. Aber auch im hessischen Fritzlar bildete sich eine Gemeinde. Schon auf dem Hof einer Familie Hildebrand fanden Konferenzen statt. Durch den Zustrom der Flüchtlinge aus dem Osten war jetzt das Werk der Gemeinde Gottes in Deutschland zahlenmäßig stärker geworden. Nicht nur Geschwister aus Wolinien, sondern auch Geschwister aus Ost- und Westpreußen fanden ihre neue Heimat in Westdeutschland. Auch Predigerbrüder von dort kamen jetzt hinzu. Bruder Ernst Kersten, Bruder August Link, Bruder August Krebs, Bruder Gustav Sonnenberg und andere. Gerade Bruder Ernst Kersten war es, der für seine Forderung bekannt wurde, wir brauchen wieder eine Bibelschule. Damit stand er ganz in den Geschichtslinien des Werkes. Denn es gab zuvor schon vor dem Ersten Weltkrieg das Missionsheim in Essen und dann die Bibelschule in Kassel vor dem Zweiten Weltkrieg. Die Zeit hatte es gezeigt. Eine bibeltreue, solide, gründliche theologische Ausbildung ist für jeden Gemeindeleiter und Pastor sehr wertvoll. 1948 wurde mit der ersten Schülerschaft in Fritzlar begonnen. Damals noch primitiv, in engen, kleinen Räumen. Die Küche war gleichzeitig der Unterrichtsraum. Auf engen Räumen wurde gekocht, gegessen, gelernt und geschlafen. Bruder Ernst Kersten und andere unterrichteten. 1951 begann dann der Bau eines Gebäudes in Fritzlar. Jetzt waren die Schüler nicht nur mit Lernen beschäftigt, sondern es wurde fleißig am Bau mitgeholfen. Zwischendurch lernten noch einige Schüler ihre Englisch-Vokabeln, denn die verstärkten Beziehungen zum Werk in Amerika erforderte das Kommunizieren auf Englisch. Auch helfende Hände aus dem Ausland waren mit dabei. Schwester Donjö half mit im Unterrichten. Sie und ihr Mann unterstützten auch eine Zeit lang die Gemeinden in Holland. Die Gemeinden in Nordhessen trafen sich regelmäßig im neuen Bibelschulgebäude und waren so dankbar für eine neue Bibelschule in ihrer Region. Essen blieb weiterhin der zentrale Konferenzort. Im Ruhrgebiet wurden viele Gemeinden wieder aufgebaut und gefestigt. Predigerbruder Fritz Killisch wirkte in Dienstlaken und übernahm die Verantwortung für die Gemeinde in Duisburg. Auch gab es Beziehungen zu den deutschsprachigen Gemeinden in Südamerika, insbesondere in Argentinien. Hier war bereits Bruder Josef Krebs aus der Schweiz als Missionar tätig. Es gibt ein Bild von der Konferenz aus dem Jahr 1956 in Essen. Bei diesen Konferenzen im Ruhrgebiet waren oft auch die Gemeinden aus Holland anwesend. Auch Geschwister aus England kamen dazu, Bruder John Lamer aus Birkenhead bei Liverpool war immer ein gern gesehener Gast in Deutschland. Doch nun wurde auch global gedacht. Das amerikanische Werk entschied sich, eine Weltkonferenz in Fritzlar durchzuführen. Inzwischen gab es junge Predigerbrüder wie auch rührige junge Frauen, die gut die englische Sprache beherrschten und beim Übersetzen halfen. Im Sommer 1955 kamen sie alle zur Weltkonferenz angereist. Aus Holland, aus Großbritannien, aus den USA war eine Predigergruppe anwesend, sowie Brüder aus der Karibik, Kenia, Indien und Japan. Viele ältere Geschwister erzählten mir von diesen freudigen Tagen in Fritzlar. So war diese Erste Weltkonferenz eine geistliche Erfrischung für jeden Teilnehmer und für das Gesamtwerk der Gemeinde Gottes in Deutschland. Eine große Turnhalle war der Veranstaltungsraum. Am Ende hat es ein großes Treffen auf einer Wiese gegeben, bei dem sich alle an den Händen hielten und Gott lobten. Verbundenheit und Einheit in der Gemeinde Gottes wurden jetzt global gefeiert. Auch unter der neuen Generation ragten jung berufene Predigerpersönlichkeiten hervor. Bruder Erich Gajewski in Hamburg, der als begnadeter Redner und Evangelist viele Menschen zu Christus führte. Bruder Helmut Raschbichler, der unter den ersten Bibelschülern in Fritzlar war, bald Prediger in Kassel und 1960 als Lehrer an die Bibelschule in Fritzlar berufen wurde. Auch Bruder Willi Krenz und Bruder Günther Foltin gehörten zu der neuen und jungen Pastorengeneration. Konferenzplätze gab es jetzt schon an vielen Orten. Unter den Wollinier Deutschen waren die Konferenzen in Kirchlängern und Knesebeck besonders geschätzt, die bald als die Pfingstkonferenzen in Herford weitergeführt wurden. Hier waren Bruder August Krebs und Bruder August Link als beliebte Prediger bekannt geworden. Bald schon erwarb die Gemeinde an der Bielefelder Straße ein Gemeindehaus. Die Konferenzen fanden im Saal des Schützenhofes statt. Auch in Hamm in Westfalen wurde eine Gemeinde gegründet und zunächst von Bruder Rieske geleitet. Hier fanden schon bald auch Osterkonferenzen statt. Aber auch in Hamburg wurden Osterkonferenzen unter der Leitung von Bruder Erich Gajewski durchgeführt. Doch viele dieser Wollinier Deutschen zog es Ende des Krieges bis Anfang der 1950er Jahre weiter in die westliche Welt, sodass dort an verschiedenen Orten deutschsprachige Gemeinden gegründet werden konnten. Die größte von ihnen war wohl die Gemeinde in Edmonton. Auch aus der Essener Gemeinde waren Geschwister nach Kanada und Amerika ausgewandert. Aber es muss auch erwähnt werden, dass jetzt wieder mit dem Druck einer eigenen deutschen Evangeliumsposaune neu begonnen wurde. Prediger Bruder Klabunde hatte schon bald den Wunsch gehabt, eine eigene Druckerei für die Gemeinde einzurichten. Es war ihm gelungen, mit seiner feinen Art, amerikanische Geschwister hierfür zu begeistern. Nun gab es Geld vom amerikanischen Werk und eine eigene Druckerei wurde in Essen errichtet. Die Einweihungsstunde für diese Druckmaschinen soll sehr beeindruckend gewesen sein. Bruder Charles Brown aus den USA war als Redakteur der englischen Gospel Trumpet als Gastredner eingeladen. Er soll auf einen Stuhl gestiegen sein, damit ihn alle besser sehen und hören konnten. Er berichtete über die Entstehung der Evangeliumsposaune im amerikanischen Werk und freute sich, dass jetzt auch in Deutschland wieder ein Blatt gedruckt wird. Unter viel Gebet wurden die Druckermaschinen zum Dienst am Evangelium übergeben. Bruder Brown setzte sie in Bewegung und als erstes Erzeugnis erschien ein Plakat mit dem Text Habt Glauben an Gott. Daraufhin soll die ganze Gemeinde ein Loblied angestimmt haben. Habt Glauben an Gott. Dies war das richtige Ermutigungswort für das deutsche Werk in der Nachkriegszeit. Da viele die deutschsprachige Posaune auch aus Amerika bezogen, erhielten jetzt viele Familien zwei Zeitschriften der Posaune, eine von der Christian Unity Press in den USA und die andere aus Essen, von der Wickenburg-Druckerei, wie sie genannt wurde. Aber nicht nur die Posaune wurde jetzt hier gedruckt, es gab auch weitere Zeitschriften wie Der Ruf, ein Jugendheft und das evangelistische Verteilblatt, die Antwort. Wir sehen schon, es gab viel Bewegung in der Nachkriegszeit. Vertriebene aus dem Osten siedelten sich an und verstärkten die bestehenden Gemeinden vor Ort. Oder es zog sie weiter in den Westen, um in Amerika oder in Kanada eine neue Heimat zu finden. Die Bibelschule in Fritzler wurde weiter ausgebaut. Bruder Ernst Kersten war der erste Bibelschulleiter, später folgten ihm Bruder Willi Link und Bruder Helmut Raschbichler. Leider blieb immer eine gewisse Spannung zwischen den Volinia-Deutschen zu den westdeutschen Gemeindeleuten. Die Geschwister aus Volinien hatten ihre eigene Geschichte, die sich bis zu Bruder Ebel zurückverfolgen lässt. Ein Bild aus dem Jahr 1929 zeigt die Hingabe und den Missionseifer der Predigerbrüder dort, die bei großer Kälte im Winter unermüdlich mit der Botschaft des Evangeliums unterwegs waren. Von ihrer Frömmigkeit her waren sie meist enger und gesetzlicher geprägt als die Gemeinde Gottes in Westdeutschland. Daher waren die Neuaufbrüche nach dem Zweiten Weltkrieg nicht immer reibungslos. Spannungen auf Konferenzen und überörtlichen Zusammenkünften waren manchmal unvermeidlich. Dennoch hielt man zusammen. Die Botschaft von der Einheit war ja das alte Banner der Gemeinde Gottes. Daher wurde in den 40er und 50er Jahren an Trennung und Spaltung nicht gedacht. Unterschiedlichkeiten wurden mit viel Liebe und Verständnis ausgehalten. Immerhin lautet die biblische Ermahnung Er tragt einander in der Liebe. Doch Ende der 60er Jahre traten unterschiedliche Ansichten über die Lehre der Heiligung immer mehr in Erscheinung. Es war auf einer Predigerkonferenz in Maschen im Jahre 1969, auf der unterschiedliche Sichtweisen ausgesprochen wurden. Bei den Brüdern aus Volinien war die weslianische Prägung vorherrschend, die die Heiligung als eine zweite Gnadenerfahrung betonte. Bei den Westdeutschen gewann die reformierte Sicht von der Heiligung immer mehr an Bedeutung, die das tägliche Leben in der Heiligung betonte. Leider soll ein gegenseitiger Austausch kaum möglich gewesen sein, wie auch die Bereitschaft, beide Sichtweisen stehen zu lassen, sich gegenseitig zu verstehen und sich zu befruchten. Denn beide theologischen Standpunkte sind biblisch und haben ihre Tradition in der Kirchengeschichte. An ein von Gottes Geist erfülltes Leben glaubten alle. Doch die zweite Erfahrung wurde von den Voliniern überbetont. Daraufhin kam es leider zu einem Bruch zwischen den Gemeinden mit volinischer Prägung und denen der Westdeutschen. Auch lag es daran, dass die Ersten einen größeren Schwerpunkt auf Bewahrung und Tradition legten, die anderen eher bereit waren, sich der jeweiligen Zeit und den notwendigen Veränderungen offen zu zeigen. Es gab weitere Abspaltungen, auch in Amerika. Immer waren diese Trennungen sehr schmerzhaft. Nur Gott allein weiß, wie viele Tränen geflossen sind. Aber bis hierhin, ja von 1900 bis circa 1970, haben wir eine Geschichte betrachtet, die die Wurzeln der gesamten Gemeinde Gottes in Deutschland betraf. Vielleicht kann sie dazu beitragen, dass wir wieder objektiver das gesamte Bild unserer Geschichte vor Augen haben und nicht nur aus einer verzerrten, verengten Sicht einer Fraktion oder Gruppe. Ob der Bruch damals gerechtfertigt war, wird Gott allein beurteilen. Anfang der 90er Jahre kamen nach der Deutschen Wiedervereinigung weitere deutsche Geschwister aus der früheren Sowjetunion in die Bundesrepublik Deutschland. Ihre wertvolle Geschichte von Erweckungen, aber auch von Verschleppungen, Entbehrungen und Verfolgungen findet sich in einigen Büchern zusammengefasst. Sie tragen den Titel 40 Jahre Gemeinde Gottes in Russland und die Geschichte der Gemeinde Gottes in der ehemaligen UdSSR. Die sogenannten Russlanddeutschen waren eine große Bereicherung für beide Gemeindewerke in Deutschland. Zum Schluss die Frage, was können wir aus unserer über 100 Jahre langen Gemeindegeschichte lernen? 1. In jeder Zeit braucht es Pioniere, die vorwärts schreiten. Immer begegneten uns in der Geschichte Männer und Frauen, die rührig waren, für die Sache Gottes einzustehen. Sie waren ständig unterwegs. In jeder Aufbruchsphase war es um 1900, nach dem Ersten Weltkrieg 1918 oder nach dem Zweiten Weltkrieg 1945. Immer haben sie nach vorne geschaut. Gottes Geist führt immer vorwärts, so haben sie in einem Lied gesungen. Sie fürchteten sich nicht vor Veränderungen. In jeder Zeitepoche sahen die Herausforderungen anders aus. Wie vielen neuen Herausforderungen stehen wir Christen doch heute gegenüber. Es braucht immer Männer und Frauen Gottes, die die Zeichen der Zeit verstehen und ein prophetisches Wort in die jeweilige Situation hineinsprechen können. Geleitet durch den Heiligen Geist. So wie es in der Offenbarung heißt, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. In jeder Zeit braucht es Pioniere. 2. Die biblische Verkündigung und Lehre standen immer im Zentrum. Die biblische Unterweisung war das Anliegen der Brüder. Vom Wort her sollen wir denken lernen. Hier dürfen wir nicht stehen bleiben. Erkennen wir, dass wir Vertiefung oder Korrektur brauchen, dann sollten wir für diesen Schritt auch offen sein und ihn gehen. Wir klammern uns an keine Traditionen. Gottes Wort und sein Heiliger Geist bleiben für uns die höchste Autorität. Gerade hierin sahen sich die Pioniere der Gemeinde Gottes offen für immer mehr Licht. 3. Investieren wir in die junge Generation. Die Männer und Frauen der Gemeinde Gottes vertrauten immer darauf, dass Gott sein Werk auch nach ihrer Zeit weiterführen wird. Sie hofften und beteten, dass die nachfolgenden Generationen es sogar noch weit besser machen würden als sie. Denn Gott würde mit ihnen sein und ihnen mehr Erkenntnis und Weisheit schenken. 4. Liebe und Liebe die Einheit der Gemeinde. Von der Schrift her wissen wir, Einheit ist das Anliegen Jesu für seine Gemeinde. Das Zentrum dieser Einheit bleibt das Evangelium, das Wort vom Kreuz. Jeder wiedergeborene Christ, wo immer er sein mag, gehört zu dieser Gemeinde Gottes, die Jesus Christus allein baut. Jeder wiedergeborene Christ ist mein Bruder und meine Schwester. Diese Gemeinde steht nicht unter Menschenherrschaft, oder menschlichen Regeln. Ich für meinen Teil möchte sagen, es braucht ein enges und ein weites Herz. Eng, wenn es um die alleinige Rettung durch Jesus Christus und sein Evangelium geht. Da können wir niemals Kompromisse schließen. Aber unsere Herzen können weit sein, wenn es um kulturelle Unterschiede geht oder um andere Sichtweisen, die nicht heilsentscheidend sind. Die erlittenen Trennungen im Werk sind Geschichte. Aber wir sollten demütig bekennen, dass die große Vision der Pioniere von der Einheit aller Christus-Nachfolger über unseren kleinen Kreis hinausreicht. Ich möchte nicht weniger Geschwister haben, als Gott Kinder hat. Auch andere Gemeindewerke arbeiten im Segen, sowohl in der Weltmission als auch in der Evangelisation vor Ort. Wir brauchen ein weites Herz, um uns gegenseitig zu schätzen und zu lieben. Unterschiede, die nicht heilsentscheidend sind, müssen ausgehalten werden. Immerhin dürfen wir miteinander ringen um biblische Einsichten und Erkenntnisse, wissend, dass wir nicht allein auf dem Weg zum Himmel sind und voneinander lernen können. Die Pioniere der Anfangszeit liebten den biblischen Namen Gemeinde Gottes. Nicht nur, weil der Apostel Paulus ihn in seinen Briefen gebraucht hat, sondern einfach, weil die Gemeinde Gottes Gemeinde ist. Sie gehört unserem lebendigen Gott. Sie ist sein Eigentum. Wir dürfen uns in diesem herrlichen Bauwerk seiner Gemeinde gebrauchen lassen. Jeder an seinem Platz. Zur Ehre Gottes und weil der Name Jesus groß gemacht werden soll. Gott helfe uns dazu. Gebrauchen.- Gebrauchen. Vielen Dank.